Und wieder zurück bei Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Wir haben den Spalt eigentlich so gut wie abgeschlossen. Hier gibt's nicht mehr viel zu tun. Wir müssen jetzt nur noch... Ja... Talia hier durchbringen, wenn die fetten Trolle mal Platz machen würden. Questbuch aktualisiert. Jetzt können wir mit ihr reden. Zu euren Diensten. Verstanden. Wo geht sie hin? Kommt sie mir in die Arme? Ja. Ihr habt mich gerettet, Runenkrieger. Verzeiht meine hochmütigen Worte. Ihr seid also auf der Suche nach meinem Splitter? Oh ja. Ja, das bin ich. Ich trenne mich nur ungern von ihm. Doch er ist ein geringer Preis für mein Leben. Nehmt ihn. Er gehört euch. Viel Glück damit, wofür immer ihr ihn auch braucht. Lebt wohl. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alles, was wir brauchen, um den Phönixstein zu bekommen. Jetzt benutze ich hier noch den Schlüssel. Nein. Nicht das Portal nach Mulan-Dir. Die Kiste. Ich habe noch irgendwas von ihr gekriegt. Wahrscheinlich Zaubersprüche. Stufe 12. Wow. So. Ein spannender Zweikampf. Beide sterben. Geil. Okay, gucken wir, was da drin ist. Ja. Seht ihr. Großes Haupthaus der Orks. Dunkle Schmiede. Und Veteran und Hornbläser. Die beiden Einheiten, die uns noch fehlen. Was haben wir hier? Schleuderer. Berserker. Rune für Trollarbeit der Stufe 12. Stein des Ewingen Feuers. Hätten wir alles schon vorher gebrochen können. Mittleres Haupthaus. Leichensammler. Nahrungslager. Felsenschleuder. Eisenhaus. Lasst uns das mal alles eintragen hier. Also. Bei den Orks. Der Veteran. Die stärkste Einheit. Kostet nur 80 Eisen. Hornbläser. Dann hatten wir hier noch das. Dunkle Schmiede. Und das große Haupthaus. Bei den Trollen fehlen uns dann noch der Berserker und der Schleuderer. Der Schleuderer ist quasi die Steigerung vom Werfer. Der Berserker. Ja. Der Schleuderer ist auch schon teuer. 120 Steine und dann noch 40 Eisen. Ist nicht ohne. Jedenfalls das Nahrungslager hier. Der Felsenförder. Der Leichensammler. Soviel ich weiß. Kriegt man davon Nahrung. Die sammeln also Nahrung aus den gefallenen Gegnern. Und aus ihren eigenen gefallenen Leuten. Haben wir noch irgendwelche Zauber, die wir gebrauchen können? Eissturmstufe 12. Den haben wir schon mal. Das ist gut. Diener des Frostes Stufe 10. Das ist auch gut. Eisschildstufe 9. Bin ich schon Stufe 9 in Eis? Leider nicht. Das muss ich dann beim nächsten Mal machen. Kann ich hier noch irgendwas von gebrauchen? Feuerwelle Stufe 11. Dass die Stufe 11 ist, ist ein bisschen schade. Naja. Oh. Ich habe etwas ganz vergessen. Dieses Runenmonument muss ich nochmal aktivieren. Damit ich hier dann anständig hin zurückkehren kann. Wenn ich die hier verkloppen will. Oh. Macht es euch nicht zu gemütlich auf der heißen Asche. Ich komme irgendwann und schlag euch. So. Das muss sowieso mal ein bisschen aufgeräumt werden. Alle Zauber, die ich nicht brauche, kann ich eigentlich. Und hier auch. Ich. Äh. Nehme immer so gerne so viel mit mir rum. Falls ich irgendwas nochmal gebrauchen kann. Ich bin ein Messie. Ein Messie. So. Bevor ich aber nach Mulandir zurückkehre. Gehe ich nach Phalornsheim. Warum? Das kann ich euch sagen. Wir haben da noch ein Quest abzugeben, soweit ich weiß. Von. Moment. Tar. Wir haben Tar getötet. Und. Wie ist der Typ? Rigor. War das glaube ich. Rigor. Rigor. Wollte, dass wir den töten. Und ihn in den Kopf bringen. Das haben wir getan. Also noch nicht, aber wir haben den Kopf. Was habe ich denn noch für Nebenquests? Sucht nach Schatten. Das Blut einer Riesenspinne fehlt noch. Was ist jetzt schon wieder? Ich hab den Kopf. Tar ist tot. Ach ja? Natürlich. Und ich bin ein Priester Aronius. Ihr glaubt wohl, ihr könnt mich hinters Licht führen? Idiot. Hier ist dein Kopf. Glaubt ihr mir jetzt? Noors Auge. Tatsächlich. Der Schlechter ist hinab zum Seelenfluss. Sei mir dankbar. Gute Arbeit, Krieger. Ich erkenne an, dass ihr etwas taugt. Hier, nehmt das Kopfgeld. Ihr habt es euch verdient. Danke. Und ein bisschen Erfahrung. Wow. Schon fast die Hälfte zu 24. 50 Gold? Das ist großzügig. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Geld. So. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Ich würde ja jetzt normalerweise nach Graufurt gehen und da ein paar Sachen verkaufen. Aber wir werden vom Hauptquest her sowieso dahin geschickt. Noch gleich. Also. Können wir auch nach Mulan Deer gehen. Nämlich zum Säulenplatz. Ne. Doch. Ja. Säulenplatz. Das ist der richtige Ort. Äh. Meine Truppen nochmal beschwören. Der Wächter. Und die wahrscheinlich einzigen Bria-Wächter. Einer, in die noch überlebt haben. Ich frag mich, warum der Bria-Wölfe angeheuert hat, um sich zu schützen. Der Wächter. Der muss doch auch stark sein. Eigentlich muss er das. Das wäre ja sonst dumm, wenn ein schwacher Wächter hier steht. Was wünscht ihr ohne? Na. Zu euren Diensten. Alles klar. Hier geht's ja noch ein Stück rein. Bis hier oben. Hexantius. Hexantivirus. Oh Mist. Das war ja Schleichwerbung. Schneidet das raus. Das habt ihr niemals gehört. Ich mach schon mal die Heilwelle. Vielleicht kommt ja ein Feind. Mit dem Zaunfallschwenk. Und los. Mir nach. Der Wächter. Auf meinen Befehl. Die haben übrigens coole Schwerter. Habt ihr etwas gefunden? Ja, alles. Ich habe ein Bruchstück des Kunstwerks. Ich habe alles. Zeig her. Ich habe den Splitter des Sommerwinds gefunden. Ihr habt Armun aufgespürt? Natürlich. Was von ihm übrig war. Doch das ist eine lange Geschichte. Jetzt ist der Splitter wieder in Sicherheit. Nur das allein zählt. Hier. Der Splitter des Herbstlichts. Endlich. Ihr habt diesen Landen große Dienste erwiesen. Nichts zu danken. Der Splitter der Winterstille. Tatsächlich. Keinem vorher ist es gelungen, Thalia umzustimmen. Mir schon. Erstaunlich. Ja, das Bruchwerk ist komp... Äh, das Bruchstück ist komplett. Hier habt ihr euer Kunstwerk. Es ist komplett. Wie ihr verlangt habt. Gebt mir nun den Phönix. Wohl an, denn. Er soll euch gehören. Danke. Möge er euch und eurer gerechten Sache dienen. Das hier ist nicht der Phönix. Dieser Stein hat keine Macht. Was? Er ist nur Blendwerk. Verflucht sei euer Spiel, ihr Geist. Dann ist es wohl unvermeidbar. Die Sch... Äh, äh... Was? Ich werde dich töten. Oh, ne. Du wirst wirklich erwarten, dass ich dir die Phönix-Stone geben werde? Du hast mir gut geholfen. Dank dir, meine Kunstwerk ist voll. Das kann doch nicht angehen. Du verdammter Penner. Deswegen stehen die verdammten Bria-Wächter da. Ich jetzt... Jetzt will... Ey. Mechlan, du Penner. Ich werde dich kriegen. Da. Da. Nein. Bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk